Erstmal kurz gucken, wie es hier aussieht. Das sind ja aber super läppische EP, Junge. Ich würde sagen, wir tryen heute A, auf jeden Fall auch ein Dungeon. Und B muss ich zu meiner Festung gucken. Uh, wir haben genügend Holz mit Feuerwerk direkt. Geil, Leute, wir müssen sparen, ne? Was soll das mit dem Feuerwerk jetzt, Junge? Wir bauen mal den Steinbruch noch hinterher. Jawohl, Post leuchtet noch. Ach so, die Nachrichten hier. Ah, habe ich fast gar nicht gesehen. I see, Plätzchen, Plätzchen. Informieren, Gilden Raids. Ich glaube, das lese ich nachher dann lieber in Ruhe durch, die längeren Nachrichten. Da bin ich mir immer nicht sicher, ne? Ob dann jeder möchte, dass das groß im Stream besprochen wird. Stehen jetzt keine Geheiminfos drin, aber gucke ich nachher in Ruhe lieber rein, ja. Guten Abend, Frage an den Chat. Wer hat auch einen GPS-Tracker für seine Katze und seid ihr zufrieden damit? Ich hätte auf jeden Fall einen, wenn mein Kätzchen draußen wäre. Aber da er nur drinnen rumtigert, habe ich leider keinerlei Erfahrungen. Vielleicht wäre anders. Vielleicht wäre anders. Gut, Festung gestartet. Mission gestartet. Oh, wir haben sogar noch was zum Überspringen. Damn. Dann können wir ja sogar noch mehr ballern, Junge. Herr, mit den Big EP. Da sind wir schon fertig. Okay, so viel zum vorauseilenden Ruhm. Ich habe gesehen, Mepo hat Bock. Ich habe gesehen, Shion hat Bock. Seppo auch. Und der Zwergische Lord. Ich glaube, der Zwergische Lord war noch gar nicht, oder? Alle anderen waren, glaube ich, schon dran. Darum würde ich jetzt fast mit dem Zwergischen Lord einmal starten wollen. Mit Goodall Zwergi. Man kennt ihn. Und dann, ja, mischen wir alle anderen mit rein, die ebenfalls noch Böcker haben, ja. Du hast einen Code in der Post mit 100 Sanduhren. Oh, okay. Den kann ich einfach so zeigen. Der ist für alle, oder wie? Das gehört sonst eher in die Kategorie, habe ich Angst zu zeigen. Aber das gehört dann dem Event an, oder so. So, dann können wir den natürlich nutzen. Okay, das eher so für alle. Good to know. Dankeschön. Den können wir uns dann natürlich einmal snacken. Gut, Herr Zwergischer Lord, Sie sind dann der Erste. Sein hat auch Bock, siehste. Wunderbar. Sie sind dann der Erste. Und Sie dürfen sich den heutigen sechs Fragen stellen. Vorneweg sei natürlich noch dazu gesagt, dass wir wirklich unterschiedliche Fragen haben von der, ich sage mal, Schwierigkeit. Manche waren so Kategorie, was ist 1 plus 1? Und manche waren so Kategorie, wie viele Fußballstadien gibt es auf der Welt? Und wie viele zahlgenaue, ich sage mal, Sportler passen auf die Gesamtfläche, wenn sie nebeneinander stehen? Oder so. Ja, und das kann durchaus wehtun. Zum anderen sei noch dazu gesagt, dass diese Quizfragen ein bisschen älter sind. Das heißt, es kann passieren, dass wir hier und da uns ein bisschen entgegenkommen müssen, weil es basiert auf MOP. Ja, das heißt, wenn nach allen spielbaren Klassen gefragt wird, oder gefragt wird, was macht König Varian drin, dann werden wir das ein bisschen umdrehen müssen. Ja, das ist so der Plan. Okay, erste Frage sieht folgendermaßen aus. Wie lautet der Name der Hauptstadt der Eistrolle und der entsprechenden Zone in Nordend? Ein bisschen älter, ja, 10 Jahre, ne? MOP als Basis, boah, ist schon ein bisschen her. Ich habe mich ja vorhin erschrocken, als ich ein WOD-Set im WoW-Stream zeigen wollte und wie lang ich da gescrollt habe, ne? Also heiliger, ganz belassen. Es wird sich außerdem auf YouTube gewünscht, Grüße gehen raus, dass ich euch auch mit einblende als Chat. Ich muss nur mal gerade gucken, ob ich das so einfach hinbekomme. Dann haue ich euch da jetzt so mitten random in die Luft, wenn es geht. Und dann kann man euch da auch sehen. So, ja, guck mal, da schwebt ihr jetzt. Da schwebt ihr jetzt. Der Wunschkeim von dir, Pegger, siehst du? Der wünschende Mensch mit am Start. Sehr schön. Ich weiß es gerade nicht, aber Suldarak oder so? Ja, fast. Tatsächlich, die Zone ist richtig, aber Gundrak ist unsere gesuchte Hauptstadt der Eistrolle. Ist aber gar keine Schande, hier auch mal durcheinander zu kommen. Die erste Frage für Seppo war, wie heißt die Insel ganz oben im Norden der östlichen Königreiche? Die kennt man eigentlich, aber ob man die auch richtig schreibt oder ob man 311 Begriffe durcheinander wirft. Ähnlich ist es dann bei den Trollen. Gundrak, natürlich. Ein Dungeon, den wir kennen und lieben. Eine große Hauptstadt der dort ansässigen Eistrolle. Und ja, die entsprechende Zone war dann quasi Suldrak. Gundrak aus Suldrak, wenn man so möchte. Jawohl. Okay, dann kommen wir zur zweiten Frage. Ich glaube, die wird der zwergische Lord ganz easy wuppen, so wie die meisten anderen auch. Oh, sie lautet, Wölfe, sind die Reittiere welchen Volkes? Das war tatsächlich etwas, was ich mir in WoW mit als erstes gemerkt habe. Wo komme ich an welches Reittier? So, welches Volk hat welche Rufvoraussetzungen? Das war ja dann immer dieselbe. Aber wo kriege ich dann auch welches Reittier von denen? Und da war es schon wichtig, zwischen Gnomen und Orks zum Beispiel differenzieren zu können. Orks natürlich, jawohl, völlig richtig. Die Reittiere, welchen Volkes sind die Wölfe? Unsere Orks sind gemeint, jawohl. Und was habe ich mich gefreut über meinen ersten Kodo, über meinen ersten Raptor von den Trollen. Damn, boy, hin in dieses Dorf, ja. Händler gesucht und Raptor gegönnt. Geil, schön mit meinem dicken Tauren drauf gesessen. Dann kommen wir zu einer Frage, bei der ich persönlich sagen würde, um die jetzt richtig zu beantworten, da muss man schon mal so ein Minütchen WoW gespielt haben. Die Frage lautet, wer ist der Anführer der Todeshörigen der Aschenzungen? Und da würde ich sagen, triggert es entweder direkt oder du bist verloren. Wer ist der Anführer der Todeshörigen der Aschenzungen? Weil gerade im jetzigen Addon oder auch im Addon davor oder in irgendwelchen Bezügen kann man so schnell auch bei Aschezungen falsch abbiegen. Ich meine, wir hatten in Katar diesen einen Portalmeister-Elementar, wenn ihr euch erinnert. Der hieß Aschemaul. Das war dann auch der Spitzname für einen kettenrauchenden Freund. Das Aschemaul. Aber das ist wieder anders. Gesucht ist Akama. Akama, ganz genau. Anführer der Todeshörigen der Aschenzungen. So hießen, glaube ich, einige der NPCs, die da auch im Schwarzen Tempel mit rumpatrouillierten. Akama, genau, mit seinen Handsensen. So sieht es aus. Okay, dann haben wir hier Fett-EP. Oh, was bist du? Geschick. Du bist nicht besonders schön. Dann nehmen wir aber trotzdem den mit. Ja, easy peasy. Big Cash, sage ich. Big Cash. Big Cash. Die nächste Frage. Oh, die ist schön. Die ist ja richtig toll. Zwergischer Lord. Achtung. Ein grüner Edelstein bietet Sockelboni für welche zwei anderen Edelsteinfarben? Das ist mal eine tolle WoW-Frage, oder? Ein grüner Edelstein bietet Sockelboni für welche zwei anderen Edelsteinfarben? Da ist man jetzt entweder Juwelier-Großmeister oder man hat den Kunstunterricht besucht. Also das sind jetzt eure beiden Optionen, diese Frage richtig zu beantworten. Die klingt erstmal nach Bro, willst du mich verarschen? Aber wenn man sich dann, ich sag mal, drauf konzentriert, wie sie aus Sockelboni zusammensetzen, dann, ja, der zwergische Lord sagt rot und blau, fast. Das wäre, glaube ich, lila. Gesucht war aber ein grüner und der setzt sich zusammen aus gelb und blau. Ja, blau und gelb, gelb und blau, das wären die richtigen gewesen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir solche Sockelsteine heute noch haben. Junge, die angebissene Stulle der endlosen Glücksader und die Schreiberkette des ewigen Einsteckens. Großartig, aber glaube ich litsche mehr auf die EP. Jawohl, gimme, gimme. Dementsprechend ist das schon ein bisschen älter, ne? Aber ich weiß zum Beispiel immer noch ganz genau, wie ich voller Stolz die ersten Sockelsteine gekauft habe für meine, ich glaube, Stoffbrust aus dem Blutkessel, die ich mit meinem Druiden in meinem ersten TBC-Heiler-Dungeon bekommen habe. Und zwar bin ich rein ins Gasthaus und da war, glaube ich, oder war der nur auf der Ali-Seite im Gasthaus, auf jeden Fall habe ich diese Sockelsteine gekauft, die man dann für überteuerte Preise in den ersten Posten von Horde und Allianz so beim Händler ganz normal kaufen konnte. Und habe mir dann irgendwie so plus sechs Wille reingesockelt und habe mich gefühlt wie der geilste TBC-Player ever. Ja, und bei der Allianz war es, glaube ich, ins Gasthaus rein und dann scharf nach links, da stand der Edelsteinhändler. Bei der Horde bin ich mir gar nicht mehr sicher gerade, aber ich weiß noch, wie stolz ich war. Gesockelte Items beim Leveln, Bruder. Das war der Real Deal. MOP, bekommst ein neues Item, direkt umschmieden und umsockeln. Ja, da warst du dann auch irgendwann arm, das stimmt. Labereule, hi. Wir kommen, ob gesockelt oder nicht, zur nächsten Frage für den Zwergischen. Und diese Frage lautet, König Gordok in Düsterbruch ist der Klankönig welches Volkes? König Gordok in Düsterbruch ist der Klankönig welches Volkes? Da kann man daneben liegen, aber wird schwer, glaube ich. Wird schwer. Hast du Trox geschrieben? Wait a minute. Der Zwergische Lord, da schreibt er Trox, Bruder. Die bekannten Trox von Düsterbruch. Ja, die da viele in Angst und Schrecken versetzen. Oger. Ja, lassen wir mal zählen. Lassen wir mal zählen, weil war sehr schnell korrigiert jetzt. Aber dieses Trox, wie keiner was schreibt, auf einmal steht der Trox, ne? Wo es um den Oger-Dungeon schlecht hingeht. Bro, mach mir nicht fertig. Oh Mann. Hol euch Shakes and Fidget. Es ist sehr gut. Hashtag Werbung. Habe ich das richtig gemacht? Das klingt nicht nur nach einer absoluten Wahrheit, sondern auch nach einer sinnigen Begründung. Also würde ich fühlen. Kann ich mich nur anschließen. War bei dem Typen in diesem anderen Dungeon. Okay. Ja, man kann durcheinander kommen, ne? Man kann durcheinander kommen. Absolut. Wie fit bist du eigentlich mit der Toll-Lore-Craft? Eigentlich bin ich mit keiner Lore-Fit, außer mit den alten Göttern. Alles andere ist dann meistens so fragmentiert irgendwie zusammensuchen und hoffen, dass niemand fragt, wie jetzt die Mutter von irgendjemandem hieß oder so. Sonst muss ich nämlich auch ganz schnell irgendeinen Wiki-Artikel aufmachen. Wir haben, wir haben, wir haben natürlich noch eine allerletzte Frage. Und diese letzte Frage, sie lautet folgendermaßen. Wie viele Konstrukte sind Teil des Omnotron-Verteidigungssystems im Pechschwingen-Abstieg? Wie viele Konstrukte sind Teil des Omnotron-Verteidigungssystems im Pechschwingen-Abstieg? Junge, was habe ich dir auch hoch und runter gefahren, ne? Pechschwingen-Abstieg. Mit dem Fahrstuhl-Boss. Mhm. Das waren gute Prox. Jo. Damn, Son. Das waren gute Prox. Der zwergische Lord sagt vier und das ist richtig. Jawohl. Vier Omnotron-Verteidigungs-Bots. War eigentlich ein cooler Fight, ne? Pechschwingen-Abstieg. Hat eigentlich gebockt, ey. Habe ich nicht allzu viel von gesehen, weil ich ja keine Raid-Gruppe hatte. Aber das, was ich gesehen hatte, hatte echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Stabil. Ja, wir sehen auch für eingefleischte WoWler kann es die ein oder andere tückische Frage geben, ne? Definitiv. Ich würde gerne an der Stelle einmal gucken, was hier oben so rumklingt. Hallo. Oh, ein neues Paket. Okay. Hey. Das Symbol für die EP, ne? Das Erfahrungspaket. Haufensteine. Ach so, um meine Festung zu pushen. Ah. Verstehe. Verstehe. Und hier wird er einfach von Pilzen erschlagen. Sehr geil. Und hier kann man Coupons einlösen. I see. Lasse. Hi. Aber ursprünglich wollte ich mal gucken bei den Dungeons. Weil, da habe ich nicht nur, als ich Offstream gespielt habe, ein paar weitere Schlüsse gefunden. Sondern vielleicht kommen wir da auch so langsam ein bisschen weiter. Also, das wäre natürlich nice. Wo die wilden Kerle wohnen, da war ich noch gar nicht. Ich spiele auf EU4. Drops on. Du, ich wusste gar nicht so ein Shakes and Fidget Drops. Wenn die das so handhaben, wie bei WoW und Co. Dann sind die, glaube ich, bei allen Onnen, die das jeweilige Spiel streamen. Da bin ich nicht gut im Bilde, muss ich gestehen. Darum kann ich dir dazu gar nicht allzu viel sagen. Die gibt es nur im offiziellen Stream. Okay. Dann ist es nicht wie bei WoW. Dann gibt es sie nur beim offiziellen Stream. Beide Entwickler selber. Danke für die Info. Dankeschön. So, Fleischkohlen. Ich glaube, der gibt mir massiv, oder? Gehen wir mal rein. Oh. Oh, der gibt mir ja richtig massiv. Naja, aber... Da fehlt gar nicht mehr allzu viel. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht können wir den machen. Boah, 88 Gold für Stärke. Uff, Junge. Na komm, wir butteren ein bisschen was raus hier. So viel Gold angehäuft, Junge. Zieh mal durch da. Ja, raus mit der Kohle. Uh, okay, okay, okay. Das war schön. Ausdauer ist noch ein bisschen billiger. Geben wir ruhig auch noch ein bisschen was rein hier. Come on. Schön, raus mit der Kohle. Das Geld ist ja nicht weg. Das hat ja nur ein anderer. Dann könnten wir jetzt noch mal gucken... Kann ich dir helfen? ...dass wir ein bisschen was verticken. Vielleicht noch ein Easy Upgrade irgendwo ziehen. Und dann checken wir noch mal Into the Dungeon rein. Das sieht gut aus. Das eher nicht so... Ah, das ist nur wieder Scam-Loot, ne? Okay, wir ziehen ihm einfach so jetzt eine ab. Bam, Junge. Let's go. Ja, guter erster Hit. Das ist wichtig. Ey! Schön reingebüllert mit dem Gold, ne? So wollen wir das haben. Ausgezeichnet. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir Level 43. Ein weiterer Gegner, der künftig vor dir erzittert. Dein nächster Gegner wartet bereits ungeduldig auf seinen Untergang. Oh, boy. Der sieht aber wirklich fetter aus als alles, was wir bisher gesehen haben, oder? Du betrittst eine große Gruft. Ein eiskalter Hauch wird dir entgegen und bläst beinahe die Fackeln aus. Dann hörst du ein finsteres, hohles Lachen. Vor dir steht ein grässlicher Großmeister des Bösen. Da will ich ja mal sehen, wie mies der mir gibt. Oh, direkt ausgewichen. Okay. Naja, aber besonders viel Defense hat er jetzt nicht, ne? Wenn ich da demnächst ein bisschen mehr aushalte, ein bisschen besser treffe, ja, hab ich mir jetzt aber deutlich schlimmer vorgestellt. Oh, okay, okay. Cool. Stafford mit dem fetten T2er und der 29. Vielen Dank. Schönes Wochenende, ebenso. Wie sieht's denn hier aus in dem Dungeon? Ein grässlicher Gremlin. Völlig unvorbereitet springt dich von der Seite eine kleine, fiese Kreatur an. Du vermagst sie abzuschütteln. Doch sofort holt der grässliche Gremlin, der es auf dich abgesehen hat, wieder zum Angriff aus. Was ist denn dann? Lass sehen, mein Freund. Ich glaube, den machen wir. Level 34. Oh, ja. Der hat nicht allzu viel zu melden. Sehr schön. Den hauen wir um. Der nächste Gegner ist bereit. Oh, der Steingigant. Plötzlich ist der Stollen vor dir von einem Felshaufen versperrt. Ist er eingestürzt? Etwas scheint nicht zu stimmen. Da bewegen sich die Brocken plötzlich und ein steinerner Gigant baut sich vor dir auf. Ah. Der hat auf jeden Fall Epic Loot dabei, Junge. Da hätte ich schon Böcke drauf, ne? Oh, der blockt. Der blockt und wirft mir Steine ins Gesicht. Oh, aber wenn er nicht sehr viel mehr blockt, dann glaube ich können... Oh, damn, Son. Da sind wir rübergefahren mit dem 40-Tonner. Ach, du Scheiße. Es haben schon Leute weniger penetrant gegrimst, während sie schreckliche Ungeheuer abmurksen. Aber schon klar, du bist der Held. Ein Helm. Rüstung geht runter. Ausdauer aber massiv hoch. Chromatischer Chromhelm für glänzende Auftritte. Mhm, mhm, mhm. Den haben wir gut weggekrittelt, ja? Befür wir da gucken. Bam. Der chromatische Chromhelm der Chromhaftigkeit. Sehr gut. Einer meiner Lieblings-Orks. Chrom-Hell-Schrei. Lendor mit dem fünften. Vielen Dank. Gremlin ist auch lange her. Ja. Gremlins. Damn. Festung? Ah ja, schau mal. Unser Feuerwerk ist wieder da. Aber unser Steinbruch ist vor allem fertig. Der baut jetzt auch ab. Sehr gut, sehr gut. Feuerelementar. Oh, der ist 44. Der Gang macht eine Biegung. Du erkennst sie im Schein der Fackeln. Doch irgendwie scheinen die Fackeln in diesem neuen Gang unnatürlich hell. Da schnellt ein Feuerelementar aus ihm hervor. Okay. Dann geben wir dem doch auch mal noch ein paar mit. Ja. Schön in die Fresse. Aber ich fürchte. Na. Ah. Aber den können wir machen, oder? Den können wir machen. Warte mal. Let's go. Na. Na. 244. Junge. Will ich da try haben? Na. Come on. Junge. Muss ich nur einmal richtig dritten. Jetzt ergib's doch nicht. Bro. Okay. Manchmal muss man einfach am Ball bleiben, oder? Dann wird das schon. Das ist ja unglaublich, wie der mich geärgert hat gerade. Habt ihr das mitbekommen? Ich fass es nicht. Bruder. Ein weiterer Gegner, der künftig vor mir erzittert. Ja. Das er mir total mitgegeben hat, das erzählen wir einfach keinem. Der ist aber auch aus BWL entflohen, der Helm. Der chromatische, chromatisch verzauberter Helm der Chromatischkeit. Gedroppt von Chromagos. Mhm. Das waren auch Zeiten mit Chromagos, wa? Heiliger. Der Steintroll. Level 48. Der ist mir ein bisschen zu krass. Aber die Kanalratte, die sieht aus, als wäre sie für mich geschaffen, oder? Würde sagen, da heizen wir auch mal drauf. Bam, Junge. Oh, 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 what? Junge. Was war denn hier los? Komme ich aus Brockhausen? Holy shit. Okay, die Ratte hatte jetzt ihre besten Zeiten hinter sich, ha? Die Staubfledermaus. Eine Staubfledermaus stürzt auf dich zu, ohne die geringste Rücksicht auf deine Hausstauballergie zu nehmen. Niesend und schniefend ziehst du deine Waffe, um dem Untier den Gar auszumachen. Was ist denn da los? Junge, drauf da. Ich werde zum Proctologen, Junge, so ballert das. Aber die weicht auch aus wie eine Große, ne? Die weicht auch aus wie eine Große. Aber je größer sie sind, war, desto tiefer fallen sie. Geil. Terror-Tarantel. Du betrittst einen großen Saal, der über und über mit Spinnenweben bedeckt ist. An der Decke hängt eine riesige beharrte Terror-Tarantel. Als sie dich erblickt, springt sie kreischend auf dich zu. Ich habe sogar ingame eine Allergie. Ja, krass, ne? Mein Körper ist so gebumst, ich habe sogar ingame meine Allergien dabei. Scheiße, Mann. Uff. Shags & Fidget irgendwie verknüpft mit WoW oder nur sehr ähnlich? Also, das Ganze ist ja begründet auf einer Comic-Reihe, wenn man so will. Und die war sehr WoW-inspiriert. Ja, also, ich würde sagen, WoW-Inspiration ist so das Mindeste, was vielmehr auch zugrunde liegt. Absolut. Deswegen gucken so viele von WoW auch immer wieder rein. Ja, und denken sich so, jetzt habe ich irgendwie, was weiß ich, Geschäftsreisemontage. Habe keinen Laptop, kann meinen Tower nicht mitnehmen. Was mache ich? Ja, ein bisschen Shags & Fidget nebenbei. Das passt auf jeden Fall immer. Mal sehen. Terror-Tarantel. Ich bin gespannt. Also, wenn ich weiterhin so procke, Junge. Dann mache ich mir aber keine Sorgen, dann müsste ich treffen. Oh. Lecker war der letzte Kind. Lecker, lecker, sage ich. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir Level 44. Ehre. Rabiater Räuber. Der ist 46. An den brauchen wir uns, glaube ich, nicht ranwagen. Und der ist Level 52 schon. Okay, ich glaube, wir haben gut was in den Dungeons zerlegen können. Dann hätte ich jetzt gesagt, machen wir hier erstmal weiter und kommen zur nächsten Runde von unserem Quiz. Ich glaube, Zane wollte. Zane war auch noch gar nicht dran. Deswegen würde ich dich einmal vorziehen. Rücksichtslos und grausam. Und dann muss ich nur eine weitere Karte finden. Und zwar like this. Jawohl. Aber cool, dass man mehrere Dungeons so parallel beackern kann. Und nicht immer so raus, rein, das Ganze hin und her. Zum Portschlein musst du auch nicht rennen. Geht alles ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher. So mögen wir das. Ja, beinahe wollte ich mir was zu essen machen. Na, so weit kommt es noch. Schön, dass du wieder da bist. Wir starten jetzt hier eine schöne Quest. Oh, 9 K.E.P., Bruder, da gehen wir rein. Und dann kommen wir zu deiner ersten Frage. So sieht es aus. Erste Frage in Richtung Zane. Wie lautet der Name der Nekropole, die Keltusat persönlich anvertraut wurde? Wie lautet der Name der Nekropole, die Keltusat persönlich anvertraut wurde? Das kann man wissen. Ich glaube, egal welches WoW man spielt, gerade dieser Tage, egal ob man es mal in einer Kurzgeschichte gehört oder irgendwo gerochen hat, das ist so ein Name, den hat man durchaus parat. Die Frage ist, kann man auch mit Keltusat was anfangen? Sehen kann es Naxramas. Jawohl, Naxramas ist absolut richtig. Sulaman hätte es sein können, ja, aber Naxramas war tatsächlich gesucht. Ist das Event bei dir aktiv? Der Eingang ist in der Stadt unten rechts. Da können wir super gern gleich schauen. Bin direkt in die Taverne gesprungen. Ich habe gar nicht geschaut. Erstmal schauen wir allerdings auf die zweite Frage. Und die zweite Frage, die ist ein bisschen tricky, aber dennoch irgendwie aktuell. Das Töten von Zivilisten in Beutebucht erhöht den Ruf eines Charakters bei welcher Fraktion? Wen erfreut es, wenn wir die Goblins da wegmorgsen? die mit der er nicht einparken konnte und einen Totalschaden verursacht hat schielt aufs Alimania Hörspiel da kriegt man auch direkt ganz automatisch wieder Bock oder es ist so ein alter Vibe der einen da irgendwie erwischt so zumindest wenn man mit diesen Zeiten irgendwas anfangen kann ansonsten ja kann einen da glaube ich auch nicht viel erwischen aber zumindest Shakes and Fidget hat es ja über die Zeit wirklich gut gemacht und mit immer neuen Events und das hatten wir jüngst besprochen neue Synchronsprecher hier und da ja auf wirklich Größen mit eingesetzt und 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 also die haben sich ja immer wieder auch neu erfunden und sind sich währenddessen treu geblieben, das ist ja etwas was super funktioniert andere Sachen sind so ein bisschen stehen geblieben das kann auch super angenehm sein aber dann versumpfst du natürlich trotzdem so ein Stück weit dann lässt sie nicht vermeiden aber deswegen sind diese Sachen immer noch großartig, ja mag ich auch gern bitte nicht, hab ich verdrängt oh no bei den Blutsegelbukanieren ja, hast du vor Jahren gefarmt war das scheiße oh ja der Wahnsinnige, ne das merkt man sich Titel hast du sogar sehr gut sehr gut, sehr gut die Liebe zum Detail in dem Game ist auch mega absolut, also was wir in den ersten Streams wo ich erstmal viel wiederentdecken musste was wir da so gesehen haben was in den Waffenläden hängt und was in den Questtexten steht und so viel Unsinn ja, so viel Blödsinn letztendlich auch aber eben schön eingearbeitet in ein Game, das ich ja selber auch nicht zu ernst nehmen möchte ich glaube einige haben auch erzählt dass einer der höchsten Dungeons einer ist wo man gegen die Ingame-Version diverse große Influencer kämpft irgendwie gegen Dalu und Unge und so also es ist ja häufig auch so ein bisschen Parodie von diversen Dingen, die existieren und das kann super laufen wenn man dafür empfänglich ist dann wird man ja glaube ich eine sehr, sehr gute Zeit haben sogar wenn man ins Detail geht ja, definitiv die dritte Frage die wir haben ist eine auch schöne Frage mal sehen wann das wieder aktuell wird wer ist der König von Gelneas von Anführer der Worgen wir suchen natürlich den Namen wer ist der König von Gelneas und der Anführer der Worgen denke ich auch ein Charakter der ja in den letzten Jahren durchaus auch ein paar Auftritte mehr hatte denke auch an eine Hammersequenz in Sturmheim mit Silvanas und dem großen Unbekannten namens Silvanas genau, Silvanas und Silvanas Gen Graumähne sagt Zane und das ist natürlich absolut richtig jawohl der graue Graumähne der alte Wolf da ist er wieder die nächste Frage die führt uns wieder full into MOP rein und da muss man tatsächlich auch ein bisschen unterwegs gewesen sein um die beantworten zu können denn die Frage lautet wie viele Himmelssplitter werden benötigt um einen Himmelskristall zu formen der Charakterin erlaubt Alani die Sturmgeborene zu bekämpfen vielleicht ein kleiner Tipp zur Einordnung wer da ganz aufgeschmissen ist das ist diese Wolkenschlange die im Tal der ewigen Blütenkreis diese rötlich-rosa die wir auch manchmal verlosen ja und die konnte sich selber droppen die war auch häufig da aber die hat sich tatsächlich nicht angreifen lassen man musste erst diese Splitter sammeln die glaube ich bei jedem MOP in diesem Tal droppen konnten und die konntest du dann vereinen zu einem großen Splitter und mit dem konntest du dann diesen Schleier deaktivieren der um diese Wolkenschlange herrschte und dann konntest du die angreifen ja deswegen ist jetzt die Frage wie viele brauchen wir davon und wir haben verschiedene Zahlen schon im Chat ist da die richtige dabei ist die Frage Sven ist noch am überlegen sagt 20 auf meiner Karte steht 10 und ich meine auch 10 es haben aber so viele 20 geschrieben das irritiert mich jetzt ich meine mich auch an 10 zu erinnern denn mir ist wie ein ganz MOP bei allen Dailies im Tal genau einer dieser Splitter gedroppt und den habe ich mir auf meine Bank gelegt weil ich dachte gut es sind nur noch 9 vielleicht passiert ja bis dahin irgendwas Spoiler es ist genau nichts passiert aber es waren 10 bilde ich mir ein ja die Karte lügt nicht es müssten 10 gewesen sein ich hatte auch erst 10 gedacht dann denkt man so es ist ein Reitier ist zu wenig aber in Anbetracht dieser wunderbaren wunderbaren Seltenheit waren es dann doch zu 10 die ausreichend dachte 10 die komplette Grammatik gerade verloren weil ich nebenbei gelesen habe man kennt ihn der Mandala Effekt genau der zwergische Lord da muss ich ihn immer ein bisschen ärgern ich weiß gar nicht wo es war wo es angefangen hat da haben wir über den Mandala Effekt gesprochen und da haben wir so ein bisschen aufgeklärt was das ist und hatten dann auch irgendein sehr nahes Beispiel gerade parat und da war er sehr erpicht darauf das genau zu erklären das eben verständlich aufzubereiten und da wir im Internet sind haben dann natürlich alle gemerkt dass das so ist und haben ihm bewusst so ein bisschen ans Bein gepinkelt und dann immer irgendwas anderes gesagt und ja der Rest ist Geschichte der Mandala Effekt man kennt ihn dachte das mit dem Necken geht jetzt bis Eona zurück ja das möglicherweise auch aber das würde dann den Rahmen der restlichen Streamzeit vermutlich sprengen hoppala man brauchte in BFA doch 20 Splitter oder? Same mein Match hat den einen Splitter bis heute noch ich glaube bei meinem Hunter liegt der auch noch auf der Bank ja sowohl dieser Splitter als auch diese Blaudrachensehne die man früher für den Bogen brauchte oder zum Traden für irgendwelche Items ja all sowas liegt noch auf der Bank rum ey von damals vor langer langer Weile ne tja so kann man sich da täuschen hin und wieder wie es so ist wir haben aber noch zwei Fragen und diese zwei Fragen haben auf jeden Fall nichts mit Mandalas zu tun die vorletzte lautet zu welcher Art von untoter Kreatur wurde Silvanas Windläufer nachdem sie von Arthas niedergestreckt wurde genau so zu einer Banshee natürlich unsere Banshee Queen man kennt sie Heulsuse Junge der Gönner komplett zornig einfach Heulsuse haut er raus Frechheit Banshee natürlich jawohl die Banshee Form der Banshee Schrei die Banshee Königin ist also ein Ghoul da sind wir wieder das führt uns zu unserer letzten Frage und diese Frage boah okay ja die ist total easy also das kennt jeder wie viele Netop Portale müssen Spieler manipulieren um den Drachen Netagroll in Karazhan zu besiegen oh ja das ist unsere letzte Frage wie viele Netop Portale müssen oder mussten Spieler manipulieren um den Drachen Netagroll in Karazhan zu besiegen und dieser Drache war tatsächlich schon immer ein bisschen interessanter als die anderen Bosse egal ob man sich für T-Mog interessierte oder nicht denn der konnte einmal die Woche da ist ja eine Raid-ID auch Eier droppen Eier der Neta schwingen und die wiederum konnte man ja abgeben für Ruf bei den Neta schwingen deswegen war dieser Boss ein sehr begehrter und deswegen ist die Chance da dass man das möglicherweise weiß oder auch nicht also ich hätte auch raten müssen ja ich war sehr oft Kara und ich hab da auch geradet als kleines Kackkiddy als das aktuell war ich hab meine Neta Drachen gefarmt war da drin für die Eier aber keine Ahnung wie viele Portale ich hätte jetzt auch geraten tatsächlich ich hätte auch geraten Kraft als Bauer das Huhn hat ein All gedroppt ja da ist ein Küken gespawnt das ist so bei uns Bauern ja man kennt ihn was soll ich sagen nicht vergessen Quizstand da gibt es Legion noch nicht genau lasst euch also vom modernen Gelöd nicht durcheinander bringen das ist durchaus ein legitimer Punkt den du ansprichst das stimmt da ist nichts von der Legion Variante gemeint wenn wir da irgendwelche Abwandlungen hatten sondern das ist das gute alte ja gut old TBC Kara Kuma mit dem fetten T3er und dem neunten Monat vielen lieben Dank Dankeschön Dankeschön es wäre cool wenn ihr mit der richtigen Antwort wartet ach so ja also das kann wieder jeder für sich selber ausmachen genauso kann ja jeder der rät oder dran ist bei der Karte einfach nicht in Chat schauen vorher das kann jeder für sich selber entscheiden inwieweit er da interagieren möchte aber letztendlich rät ja nur einer fest deswegen ist das dann so gesehen auch Vorsagen das kann einige stören andere nicht ja deswegen das müsst ihr mit euch selber ausmachen und wer da auf Nummer sicher gehen möchte nicht gespoilert werden will oder wie auch immer der schaut am besten einfach zu seiner Sicherheit nicht in den Chat weil selbst wenn wir uns jetzt alle drauf einschwören dass immer nur was weiß ich der schreibt der gerade dran ist naja dann kommt in genau dem Moment irgendwer neu rein hört die frage red mit und also man kann es eh nicht kontrollieren deswegen macht das mit euch selber aus und so wie es euch am besten gefällt so passt es dann auch für uns oder zumindest für mich crap fügt das Hühnerei zu seiner Pet Sammlung hinzu ganz genau so im Magen das ist die Sammlung da kommt alles zusammen drei oder vier ansonsten habe ich keine Ahnung ja drei oder vier was lockst da ein welches Schweinerl darf es sein darf es noch eine Scheibe Bärchenwurst sein oder 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 3,4 da ist das eine Portal auch nie vollständig manifestiert worden wer weiß wer weiß du lockst die drei ein und das ist richtig tatsächlich sind es drei Portale bei unserem lieben Drachen in Karazan wild lang ist es her und die Bärchenwurst die auch noch das lief doch aber ganz gut hier und da mit Ach und Krach oder aber ich mische schon mal die Karten wieder durch aber letztendlich war das doch eine gelungene Karte da die Antwort ist Pi abgerundet genau die Piraten die kommen um uns zu holen verdammt Junge wir sind immer noch auf der Suche nach dem alten Hut aber das ist gar nicht schlimm weil der kann ja ruhig noch ein bisschen vor sich hin modern hier im Sumpf ich habe ja meine neuen gerade bekommen aus dem Dungeon den werde ich auch so schnell vermute ich nicht ablegen ok der nächste ich glaube Meppo wollte unbedingt Meppo wollte vorhin schon auf die 1 darum hätte ich jetzt gesagt Meppo mein lieber wenn du da bist ich habe eine zauberhafte Karte gezogen das wäre dann an dieser Stelle deine ich muss nur wieder gucken dass ich mit meinen Karten stapel den ganzen Zwieback vom Tisch räume das dürfte eine regelrechte Krümel Apokalypse geben auf die würde ich gerne verzichten Meppo ist am Start dann kommen wir direkt zu unserer nächsten Karte und der Einstieg ist natürlich wieder eine Geografie Frage die da lautet auf welchem Kontinent sind die Zonen Silitus Desolars und Steinkrallen Gebirge zu finden und ich muss sagen auch nach all den Jahren WoW wenn wir nicht gerade von Orgrimmar Malgor Wald von Elvin dann Morog und so diesen Startgebieten reden muss ich jedes Mal länger überlegen als mir lieb ist vielleicht ist euch das aufgefallen falls ihr ab und zu auch eine Geogasser Folge gesehen habt auf YouTube WoW Geogasser spielen wir ja ab und Where in Warcraft heißt das und da habe ich dann auch eine ungefähre Vorstellung und scroll erstmal auf den falschen Kontinent total bescheuert dabei weiß man es besser aber manchmal bin ich auch einfach dumm wie es so ist Kalimdor sagt Meppo und Kalimdor ist natürlich richtig gerade wenn man sich ein Sekündchen länger nimmt Drachen Insel fast dann kommt da auch die richtige Antwort bei rum Ava mit der 35 Hello Dankeschön dann können wir direkt zur zweiten Frage springen die zweite Frage da sind wir in der bunten Welt der Berufe und sie lautet welcher Beruf ist von Nöten um Dr. Zwicky zu erhalten wenn man davon noch nie gehört hat und auch absolut nichts mit Dr. Zwicky assoziiert dann hört sich nicht nur diese Frage sehr seltsam an sondern man geht glaube ich auch in die falsche Richtung aber wer ihn kennt der wird denke ich eine ungefähre Ahnung haben welcher Beruf ist von Nöten um Dr. Zwicky zu erhalten unsere zweite Frage für Meppo im Zweifel ist es Kalimdor alles ist Kalimdor oder war alles war Kalimdor das geht auf jeden Fall auch da hast du nicht Unrecht Ingenieur oder wie man das schreibt ja kreative Rechtschreibung ist ja auch eine Rechtschreibung oder tatsächlich nein es ist Angeln es ist Angeln Ingenieur bastelt viele Pets auch ja nachvollziehbarer Pick dann hätten wir erste Hilfe wegen Doktor genau das ist diese Irreführung aber Dr. Zwicky ist so ein Flusskrebs ja ich glaube aus TBC oder konnte man den aus einem dieser Daily Säckchen da kriegen war das TBC schon und da gab es ja dann auch diese verschiedenen Schildkröten sondern Krokodile konnte man auch bekommen ja und da war glaube ich auch Dr. Zwicky irgendwo dabei Dr. Zwicky der Herr der Flusskrebse ein Träumchen ja irgendwie so ein Krabben Makura Kura Wura Vieh so jetzt wissen wir alle was gemeint ist jetzt kennen wir alle Dr. Zwicky etwas besser liebe Leute das wiederum führt uns zur nächsten Frage Moment ich muss nur kurz den Whatsapper raushängen lassen äh so das passt und dann kommen wir zur nächsten Frage siehste die Frage Nummer 3 ist das schon oh und das ist ein verdammt hässlicher Baum will ich wissen was da aus seinem Maul rausquillt ich glaube nein aber er hatte Steine dabei das ist ja nett Junge siehst du das habe ich ihm gerade bei Whatsapp geschrieben Bruder gönn mal Steine gönn mal Steine jetzt Heiliger dann können wir gleich die nächste starten oh 11 KEP Bro rein in die Lavaschlucht let's go man musste den Angeln in einem Teich in den Wäldern von Terok ach war gar nichts mit den Dailies ok war in einem Teich verstehe verstehe ja da war ich noch nicht so mit Angeln und Dailies sei irgendwann mal nachgeholt wegen den Krokodilen bin mir grad gar nicht sicher ob ich Zwicki an sich habe könnte sein Pyro hi ich bin durch Arbeit Katastrophe heute viel zu wenig Leute nur aber Urlaub und Stream auf dem Heimweg gucken na gucke kannst du noch ein bisschen miträtseln hier einen angenehmen Heimweg auf jeden Fall die dritte Frage sie lautet welcher questgebende Zwerg und Großwildjäger kann in der Scherbenwelt Nordend und Pandaria angetroffen werden und ich glaube bei Pandaria war er auch ein bisschen versteckter ich glaube irgendwo so am Arsch der Heide im Tal der vier Winde wo man dann auch erinnert ihr euch den Fuchsikopter kaufen konnte der zwergische Lord ja der steht da auch rum der macht einen auf NPC mit einem passenden T-Mock der Fuchsikopter das war ein Item das basierte auf dieser Geschichte wo jemand ich glaube seine Katze ausgestopft hatte oder seine Katze ausgestopft hatte und diese dann auf so eine Drohne gebunden hat also die Katze so ausgestopft und lang gezogen die Hinterbeine mit ihrem Propeller verbunden und die Vorderbeine auch und dann lag sie da so sollte man sich so mit allen Gliedmaßen ausgestreckt auf den Boden legen auf dem Bauch und dann ist er damit rumgeflogen dann hat er seine ausgestopfte Katze als Drohne quasi und ist damit rumgeflogen ja und da gibt es in WoW das Spielzeug den Fuchsikopter das ist quasi ein ausgestopfter Fuchs der hat einen Rotor im Kopf und einen auf dem Hintern und dann kann man damit auch rumfliegen also ultimativ weird auf jeden Fall aber ist so passiert und wurde natürlich wie viele andere Internet Trends nicht aber Phänomene dann irgendwie verewigt ja sehr mystisch Hammond Nesingvary ist auf jeden Fall gemeint ganz genau ob Fuchsikopter oder nicht der Nesingvary der ist es ganz genau dann kommen wir kommen wir kommen wir zur nächsten Frage boah das aber tricky also die muss ich sagen ist wirklich wirklich böse mal gucken ob das jemand auf dem Schirm hat vielleicht durch Classic welches gesegnete Medaillon erlaubt es dem Träger sich zum Eingang des schwarzen Tempels zu teleportieren und da bin ich raus weil das war vor meiner Zeit ja da habe ich gerade so meine ersten Schritte in WoW gemacht aber vielleicht ist es bei euch anders welches gesegnete Medaillon erlaubt dem Träger sich zum Eingang des schwarzen Tempels zu teleportieren da war ich noch ein kleiner Pupsi-Hunter da wusste ich nicht mal was der schwarze Tempel ist Meppo ist raus Medaillon von Odin guter Versuch das gesegnete Medaillon von Karabor tatsächlich ja Labereule und auch Seppo haben das beispielsweise parat gehabt das gesegnete Medaillon von Karabor heilige Scheiße ihr habt das sogar noch auf der Bank teilweise cool Mitgliedsausweis war ins Blaue geraten heftig ne das hätte ich ich meine klar Karabor schwarzer Tempel und so ne aber boy das ist ne schön nerdige Oldschool Frage würde ich sagen wobei so lange war es zu MOP Zeiten ja gar nicht her und da hat das Quiz ja seinen Ursprung da sind wir wieder krass na gut springen wir schnell zur vorletzten Frage von dieser Karte und diese Karte hat folgende Frage welche unterirdischen Kreaturen befallen die Bauernhöfe Pandarias und da muss ich zugeben Lausi Hallöchen also Lausi ist es nicht diese Kreatur aber da habe ich den Gag relativ spät gerafft welche unterirdischen Kreaturen befallen die Bauernhöfe Pandarias und auch wenn man die nicht direkt im Gedächtnis hat oder im Gesicht hängen oder unter seinem Bauernhof die Weebs ganz genau Grüße an Dream dann kann man vielleicht mit einem Ausschlussverfahren ja so ein bisschen rangehen und gucken was hatten wir denn klar die Hosen relativ bekannt die Jinyu relativ bekannt die Hasen ja die Rasi sonst was also Rasi nicht aber Schädling heißen sie von Schädlingen versteht er so ein bisschen auf asiatisch getrimmt mit Schäd Bindestrich Ling ja die Schädling Ultra Lachkick habe ich echt lang nicht gerafft ich weiß nicht warum aber ich will es auch nicht hinterfragen warum kann eigentlich nur sehr schlimme Hintergrund haben warum ich das damals nicht direkt beim ersten Kontakt gerafft habe dass Schädlinge gemeint sind und deswegen diese Häschen von den Pandaren so genannt werden weil die schön alles untertunneln und sich dann alles da in den Wands dir fällt es sogar erst jetzt auf okay gut dann bin ich ja noch halbwegs fein raus nice ja es gibt immer was dazu zu lernen oder die Schädling wilde Zeiten dann liebe Leute die letzte Frage von dieser Karte und sie lautet während der Schlachtzugsbegegnung mit Archimond können Spieler die Träne der Göttin nutzen um welche Art von Schaden zu verhindern während der Schlachtzugsbegegnung mit Archimond in Knammern Höhlen der Zeit können Spieler die Träne der Göttin nutzen um welche Art von Schaden zu verhindern und da war ich tatsächlich drin in diesem Raid und wollte mir T6 holen und ich glaube während Wotel K waren wir da drin und wir kamen bis zur Archie und da war es dann zu krass den haben wir nicht gelegt bekommen Temok gab es glaube ich noch gar nicht aber ich hatte Bock da gab es coole Bögen und so und ich wollte allgemein immer in alte Raids auch rein schon damals da gab es aber gar kein Temok Junge weiß ich nicht hat mich anscheinend schon immer irgendwie begeistert emotionaler Schaden genau Göttin steh mir bei egal welche ja altägyptisch griechisch come on ich brauche Hilfe der emotionale Schaden damn son wer beim 15 Geburtstag aufgepasst hat der weiß das stimmt da hatten wir auch noch mal mit bei ne ja 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 ich wollte Fallschaden sagen jetzt sage ich Fallschaden und damit liegst du richtig genau Archimond kickte uns ja so hoch und zwar deutlich zu hoch hat er uns gekickt und dann konnten wir da den Schaden mit verhindern absolut richtig bitte helfen sie mir ich bin in Gefahr ganz genau so sah das nämlich aus ok bevor wir zu Schion und einer weiteren Frage kommen der war gerade der schnellste mit der Nachanmeldung und dann wollten Seppo und auch Labereule noch gucken wir mal wie viel wir heute schaffen aber wenn die Karten so flippen Junge dann hier geht nach vorne aber wir wollten auch gleich erstmal zur Stadt gucken wir machen die Mission jetzt hier gerade fertig dann gucken wir kurz in die Stadt zu dem Event da habe ich nämlich bis eben noch nicht groß drauf geachtet und das ein Event ist da sehen wir ja an der geschmückten Taverne die sieht ja sonst ein bisschen ja jetzt nicht hässlich aus aber wie eine Taverne eben ja und jetzt ist ja ein bisschen mehr Party bisschen mehr Party halt und so weiter der Gag ist auch im neuen Asterix und Obelix Film zu finden mit dem chinesischen Eroberer Dancing Queen oh man unsere asiatischen Freunde die müssen auswählen vielen Jahren einiges aushalten heilige scheiße oh boy aber Asterix und Obelix ich meine die nehmen sich ja auf 24 selber hopster mit ihren Namen da ist fast klar dass sie das auf alles andere auch projizieren seit Jahren seit Jahren der Gönner wollte auch noch sieße Junge gucken wir gleich mal wo der Zug so hinfährt Millionix sei Gucke an Pilz auch gefunden Mensch waren wir an den Füßen am Looten das ist ja super wie komme ich denn generell in die Stadt einfach hier zurück ja Gildenkampf ansehen auch noch Gildenkampfer das das sah aber gerade gar nicht gut aus für uns hör mal aber doch gucke oh da gibt es auch die Fresse und wir haben natürlich gewonnen Junge Jinso Level 66 sie in die Fresse stabil 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 es ist mir eine Ehre sie kennenzulernen ja ebenso ebenso und hier der Elevator geöffnet für acht Tage achso das ist Teil von dem Event I see Füße hello Elevator in der Stadt öffnet sich ein rot flimmerndes Portal und ein großer Kasten schiebt sich heraus mit einem laut vernehmbaren bing kommt er zum Stehen und öffnet sich du nimmst deine Gildenmitglieder bei der Hand und ihr betretet das wilde Abenteuer für zehn Tage ist der Elevator geöffnet noch neun besiege eine Horde von Gegnern auf 500 Etagen erreiche gemeinsam mit deiner Gilde eine möglichst hohe Platzierung für mächtige Belohnungen alle 24 Stunden wird der Elevator 20 Etagen zurückgesetzt und du kannst diese Gegner erneut besiegen aha Elevator diese Fahrstuhlmusik oh Gott so ganz leise im Hintergrund und ab und zu so ein Schrei weil jemand runterstürzt Hilfe geil Elevator dieses ist der Elevator ein Fahrstuhl der direkt in die teuflischen Tiefen der Hölle hinabfährt kämpfe gegen 500 stärker werdende Gegner und steige mit deiner Gilde in der Rangliste damit du den höllischen Aufzug bedienen und die jeweilige Etage betreten kannst benötigst du Schlüsselkarten alle 24 Stunden zurückgesetzt ja das ist das was wir gerade schon hatten Höllenmarken Belzebubs Emporium boah da denke ich an das schwarze Emporium von Dragon Age 2 geil Junge Crafts Army Sammelaktion hier kann ich auch schon Sachen abholen oder was da klingelt in der Kasse Hallöchen ok und jetzt könnten wir hier quasi rein der Belzeboss und uns dem Event stellen ah ja da unten bin ich bestes 0 bestes 10 oh 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 Junge Niki sag mal 61 Boy will auch kämpfen Junge diese Location wieder ist das geil kannst du eine Nummer ziehen um in die Hölle zu fahren ist das doof wie geil der Hellevator das meinte ich ne mit immer mal wieder neu erfinden aber sich selber trotzdem treu bleiben das ist ja großartig wen haben wir hier Hannes der Kontraktor da müssen wir mal gucken wer hier noch so lauert die Paragrafenreiterin na da gehen wir aber rein hier volles Produkt die haben ja gar keine Chance gerade the artist formerly known as Andreas what the ok Andreas war nett dich getroffen zu haben auf Wiedersehen klein karierter Tintendiktator Bruder was wurde hier wieder konsumiert das ist ja super sick und diese Kuhglocke ok wir kommen gut voran Marv das kleine Übel wie sweet das sind auch so ein paar Hommages Andy Entwickler oder aggressiver Aktentyrann boy also ich will nicht in der Hölle landen wenn ich das hier so sehe sehr fürchterlich das ließ sich ja wie so eine Twitter Unternehmensbubble hier gestolperter der ist aber ganz schön tief gefallen nach dem Stolpern war Junge ein bisschen Garrosh Cosplay dabei halt stopp das ist die Hölle ja warum schickst du mich in die Hölle Bro kannst du mal aufhören auszuweichen Junge haben die Bock Limboy oh Gott wegen Limbo ne der Limboy wow na dann drauf da und ab dafür Marv alias Marvin Clifford alias Fidget here we go mit den Anspielungen ok ja manche Sachen erkennt man ja allein an der Optik ne dass es da so ein paar Zusammenhänge geben muss variablo ja das ist safe nix mit Copyright oder so glaube dieses Design ist absolut eigen variablo mal sehen langsam wird es schon ein bisschen eng hier ne also allzu viel weiter werden wir gleich auch gar nicht mehr kommen aber noch haben wir Chancen variablo ich benannt oder der Schlängeler Junge geh mal rein komm hauen wir weg oh ja noch hat er Bock noch hat er Bock aber da fällt er hier ein großer bürokratisches Gespann nett dass alles was irgendwie mit Bürokratie zu tun hat auch in der Hölle landet ne sie hatten nie ne Chance ach bei dem kann ich wieder nicht procken ne aber ich kann krippen ok horrende hexe hallöchen Junge da kann ich hoffentlich ein bisschen hitten weil das werde ich auch müssen oh Gott ich glaube die natsen mich oh da treffe ich ja gar nix bro da hat ja gar nix gesessen kacke aber ich hab noch tickets ich hab noch tickets wollte ich sagen wir tryharden weiter die diskutierende einheit level 40 jetzt komm mal langsam in mein persönliches endgame hast ja ultra witzig gemacht ey was so ein geiles event liebe ich ja aber sag mal diskutierende einheit das ist ja fürchterlich hör mal ran oh Gott da hab ich diesmal gar nicht getroffen na komm solange wir tickets haben wollte ich sagen irgendwann kommt die rache exitus prime auch ein ganz eigenes design ja herrlich wie es wirklich in diesem comic stil von shakes and fidget immer gleich völlig anders auch wirkt ne man sieht schon wo es hingehen will man sieht auch wo es herkommt aber wie es so ist code habe ich noch nicht eingelöst aber werde ich machen habe ich nicht vergessen der exitus ja gold farben wird er hier vermutlich nicht aber er wird mich mies rasieren hör mal wie viele tickets habe ich denn noch 4 close one überhaupt nicht close one oh Gott wie das auseinander gehen kann die lautstarken schreibtisch hängste level 44 die können wir glaube ich auch machen ach jetzt kostet es pilze ja gut das kennen wir ja von den dungeons ne das kennen wir aber ich fürchte oh ich wollte jetzt sagen ich fürchte ich muss noch ein bisschen rein skillen aber nein das ist der belze boss wieder ja gut der ist jetzt mage da kann ich wieder nicht procken das heißt der wird mich rasieren da sind aber auch tickets dabei ok geil das ist super was für ein fabelhaftes event wow das ist ja total bescheuert ich liebe alles daran weltklasse wir können ja mal sehen mit dem einen ticket wir können ja mal sehen wie sehr ich auf die fresse bekomme ja guck mal hier also gar keine chance und ich kann doch procken oh wait ich an seppo bin ich dran das stimmt seppo dich kriege ich noch mein lieber sage ich jetzt das war seppos evil origin story damn son bin auch mal wieder wach ja moin hab gerade erst zwei stunden nachmittag schläfchen gemacht ja manchmal musst du das auswahlen oder gerade zum wochenende und Platz eins ist 61 Ebenen ja von 500 ne also wir haben noch ein bisschen zu klettern großartig ey so ein mumpiz aber so schön verpackt ne heiliger okay dann erstmal zurück zum daily business zurück zur nächsten quiz karte und dann werde ich gucken dass ich vorm nächsten stream den code einlöse und dass ich vielleicht noch ein bisschen auf ausrüstung gamble im waffen laden dass wir von dem event auch noch ein bisschen was mitbekommen weil das ist so doof super nice ich ziehe eine karte für shion der sich vorhin noch sehr zügig gemeldet hatte und diese karte wird diese hier sein lass mal sehen oh ja die startet auch direkt mit einer nahezu unlösbaren frage sie lautet wie heißt die hauptstadt der orks in kalimdor das schon also hu junge glaube das können sogar nicht wo spieler beantworten oder das ding gibt es als skin überall wenn du irgendwas nachbauen willst in minecraft oder so gibt es irgendwie vorlagen und dann hast du irgendwelche maps was weiß ich bei ttt oder so überall orgrimma natürlich orgrimma frankreich hätte sein können aber tatsächlich yes ist es orgrimma dann können wir glaube ich relativ unproblematisch zur nächsten frage springen diese frage beschäftigt sich mit einem erfolg sie lautet wie viele brutstätten welpen müssen spieler innerhalb von 15 sekunden töten um den titel jenkins zu erhalten die haben viele von uns früher auch gerne neben ball gemacht aber wie viele sind es denn wie viele müssen wir innerhalb töten um den titel jenkins zu erhalten alle ja true das ist auf jeden Fall nicht falsch aber wir wollen die genaue zahl haben was das für ein quiz das sind jetzt fragen vom wo trivia pursuit von mop da sind wir jetzt drin weil die anderen quiz fragen leer waren shion sagt 50 und 50 ist richtig jawohl 50 welpen in 15 sekunden für den titel jenkins weißt du noch ganz am anfang haben wir uns da mega den plan gemacht mega den kopf standen war auch da wie im leroy jenkins video was heute vermutlich auch gar nicht mehr so viele kennen ist auch so ein bisschen die alte zeit der alte vibe aber da haben wir einen plan gemacht und dann irgendwann rein mit twings alles weggerollt und passt schon so wie wir heute bei Zotti unterwegs sein könnte welche fünf farben repräsentieren die drachen die von den titanen beauftragt wurden über azeroth zu wachen welche fünf farben repräsentieren die drachen die von den titanen beauftragt wurden über azeroth zu wachen rot blau gelb grün und schwarz jawohl man könnte sich natürlich streiten wegen bronze und gelb aber das ist glaube ich nichts was wir hier jetzt ansetzen müssen deswegen yo ist das richtig vergiss pink die lang verlorenen nein die pinken drachen die hat alex straße am allermeisten dann vermisst manchmal frage ich mich was passiert wäre wenn die pinken drachen herrschen würden oh man dann wäre alles ein barbie movie oh der hält aber aus wo hat er die lebens punkte her ok ja ich hab nix gesagt es war halt nur ein wilder keiler so jd mein lieber 13 k ep die nehmen wir aber mit ja die nehmen wir mit sehr sehr schön sorgt schon länger shakes and fidget seit zwei monaten jetzt ungefähr die nächste frage lautet oh die ist tricky welches war das erste reittier das man im blizzard shop kaufen konnte das hätte ich nicht mehr gewusst ich hätte so ein bisschen einschränken können ja aber ich hätte es nicht mehr gewusst welches war das erste reittier das man im blizzard shop kaufen konnte mal schauen da war ich wieder viel zu viel unterwegs deswegen habe ich es nicht mitbekommen kann man da wieder punkte ausgeben oder sind das nur so aufgestaute teilnehmer wir machen das relativ spontan momentan wer da ist und Bock hat der kann das sagen und dann wenn wir Zeit haben nehmen Events und Co wenn wir hier so ein bisschen lustiges Ladebalken Gameplay machen wie früher in wer gönnt sich eine Karte mit sechs Fragen war es das Herz der Aspekte tatsächlich nein es war das Himmelsross genau das Himmelsross war das erste Reittier das man im Blizzard Shop kaufen konnte das hätte ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt also neulich war es ja im Handelsposten glaube ich wieder drin aber das habe ich nicht mit dem allerersten assoziiert heftig Johnny ja unser Johnny Imber genau wie hieß es Funkel oder so das dann da begraben wurde ne auf den Todesfeldern hier im Vorgebirge des Hügellandes Junge so ein Blödsinn Glitzer oder Funkel oder irgendwie so die neue Klasse im Spiel soll ja der Necromancer sein bei dem man sogar abstimmen kann welche Fähigkeiten er bekommt ich habe ja für den Minion gestimmt aber da werde ich wohl nochmal neu anfangen müssen egal ob D4 oder Shakes Negro werde ich immer Mann Negro ist immer irgendwie ein bisschen lieber auch dabei oder da bin ich aber auch am Start als Todesritter Mann da habe ich eh keine andere weil ganz genau so sieht das aus das Himmelsross ist auch irgendwie Negro so wie das aussieht muss es schon mal tot gewesen sein nun gut dann kommen wir zur nächsten Frage und das ist eine Frage die dem zwergischen Lord sehr gefallen dürfte wenn er noch zuhört sie lautet welches Monstervolk brach über Gnome Regan herein und zwang die Gnome es zu verstrahlen welches Monstervolk brach über Gnome Regan herein und zwang die Gnome es zu verstrahlen die Trox das kam wie aus der Kanone geschossen jawohl das hatten wir vorhin da war die Antwort eigentlich Oger da war der zwergische Lord gedanklich ein bisschen woanders da hat er gedacht an Uldaman hat er glaube ich gesagt in der Frage ging es um den König von Düsterbruch und er hatte dann diesen Schrei im Kopf von wegen ich Grimlock König und diesem Eindruck da im alten Uldaman das hat ihn so ein bisschen auf die falsche Bahn geworfen Katzi was bei dir los achso wir streamen heute ein bisschen länger ne ja Bärchen du hast noch Futter aber ist nicht das frische Futter kriegst du gleich hör mal ich wundere mich Katzi was machst du ja wir stream ja länger Wahnsinn dann kommen wir stream in der Weise zur letzten Frage und diese letzte Frage lautet welchem Schar stehen Spieler als finalem Boss in der Terrasse des endlosen Frühlings gegenüber die unterschiedlichen Schar Arten welchem Schar stehen Spieler als finalem Boss in der Terrasse des endlosen Frühlings gegenüber Schion sagt Schar des Stolzes richtig wäre Schar der Angst tatsächlich und ich glaube wenn ich lang genug überlegt hätte wäre ich auch drauf gekommen weil er hat auch immer irgendwas mit Angst geschrien ganz davon abgesehen dass er alle anderen Bosse irgendwie mit Angst geblendet hat hat er uns glaube ich dann auch von der Hauptplattform so auf andere geworfen und hat dann auch immer geschrien flieht vor Angst und so an sowas hätte ich mich erinnert ich war zu schnell weil ich dachte du sagst S.O. ach so ja das tricky siehste mal da fragt man sich hin und wieder wenn man so Quiz Sendungen schaut wieso die Idioten manchmal so früh auf die Buzzer hauen und dann sitzt man selber da auf einmal und denkt oh scheiße wait a minute da ging es ganz anders weiter tricky ja der stolz der kam dann natürlich mit Garrosh das war natürlich eine wunderbare Garrosh zeit also wunderbar naja da kann man sich dann im Detail auch nochmal streiten würde ich sagen ok Freunde der Sonne dann würde ich sagen wir gucken wir gucken wir gucken wegen der nächsten Frage und zwar war der Gönner noch auf der Liste wenn ich nicht irre und für den Gönner ziehen wir auch mal eine Fragenkarte und diese Fragenkarte hat wow überraschenderweise sechs Fragen drauf also da bin ich tatsächlich überrascht ganze sechs Fragen für nur einen Gönner mal sehen ob er die auch alle beantworten kann ich bin sicher in der Theorie ist das möglich die Praxis die beginnt allerdings mit der folgenden Frage und diese folgende Frage sechs krass ne krass Drops gibt es nur im offiziellen Shakes and Fidget Stream habe ich mir vorhin sagen lassen wusste ich auch nicht aber die Drops gibt es nur im offiziellen Stream die die Frage lieber Gönner warte bist du überhaupt da du hast eben noch mitgeraten glaube ich aber seitdem hat er nicht geschrieben nicht dass er wegen schade Angst jetzt schreiend vom rechner weg gerannt ist oder so wir warten noch mal kurz auf ein Lebenszeichen und dann gehen wir in die erste Frage rein bin da okay super ready check wie vorhin vom vorletzten Boss da in Nialota da wollten wir gerade pullen pullen wollten schrieb jemand ich brauche noch einen Port ich hatte DC alle so ganz langsame Tippeschritten zurückgegangen und unerklärlich dass dieser Boss nicht gepullt wurde obwohl wir in ihm drin standen merkwürdig man muss auch mal Glück haben die erste Frage wie immer Kategorie Geografie welche ist keine Unterwasserzone von Vashir oh Gott ist es die abyssische Tiefe ist es der Dunkelriff Graben der Tangta Wald oder sind es die schimmernden Weiten welches ist keine Unterwasserzone von Vashir abyssische Tiefen Dunkelriff Graben Tangta Wald oder schimmernde Weiten der Gönner sagt der Dunkelriff Graben und das ist richtig ja der Dunkelriff Graben das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört und tatsächlich habe ich die die Vashir Karte relativ präsent weil man war da zum Seepferdchen Farben ich war da häufiger um Hintergrund Gameplay für ein Nager Video aufzunehmen ich war da für die räudige Krabbe vom Hunter die Geisterbästchen Ghost Crawler ist ja der Forename der Avatar Name wie auch immer von Greg Street gewesen der ein altes Blizzard Entwickler Urgestein war ja und dann Blizzard verlassen hat dann am Riot MMO mitarbeitete das jetzt glaube ich auch verlassen hat um irgendwie Pause zu machen und dann sein eigenes Ding zu starten also durchaus auch interessanter Typ der überall mal mit mischt und da hatten wir dann auch ingame diese Geisterkrabbe als kleine Hommage an ihn quasi bekommen ja genau genau der Dunkelriff Graben spannend waschier puh je nachdem wie die Fragen dazu aussehen also da habe ich schon mit die größten Chancen Junge wie seine Faust geflogen kommt da habe ich schon mit die größten Probleme glaube ich bei Waschierzonen Fragen wir haben wieder eine Stoppuhr so bekommen oh gleich noch eine hinterher guck mal und das ganz ohne Code naja nutzen war bisschen Holz bekommen Junge droppt er einfach so ein Stück Holz heute ist ein besonderer Tag mein Freund da hast du recht darum gehen wir auch gleich zack auf die Suche hoffentlich nicht nach einem Limo Stand weil das wäre dann eine sehr kurze Quest gewesen und der Erfolg hält sich dennoch in Grenzen die einzelnen Zonen hätte ich nicht gewusst aber die Antwort kam mir so gar nicht bekannt vorher und das ist häufig das Glück gerade wenn man vielleicht für eine Daily da war oder was weiß ich letztens auch ein Seepferdchen geholt hat durchgequestet hat sich an den eigenen Flow ein bisschen erinnert ja sowas kann häufig retten definitiv die nächste Frage boah da müssen wir als in die Vergangenheit gehen wie hoch war die maximale Anzahl an Glyphen die ein Charakter der Stufe 90 aktiv haben konnte damn wie hoch war die maximale Anzahl an Glyphen die ein Charakter der Stufe 90 aktiv haben konnte also wenn man noch irgendwas vom Glyphensystem weiß dann kann man sich diese Antwort glaube ich durchaus zurechtbiegen weil als wir sie einmal drin hatten hat sich ja nicht mehr so viel an den Glyphen geändert und darum zu wenige absolut aber 6 lockt der Gönner ein und 6 ist absolut richtig ja die maximale Anzahl an Glyphen große wie kleine ich glaube hat sich sogar geteilt oder genau 3 kleine 3 große 9 sagt Fredon 3 große mittlere und kleine das war dann vielleicht vorher oder später aber hier zu Stufe 90 steht auch 6 auf meiner Karte da hatten wir dann die mittleren vermutlich noch nicht an die erinnere ich mich aber auch nur sehr bedingt dann hat das Glyphensystem womöglich doch über alle Jahre ein bisschen mehr Veränderungen erfahren als ich mich gerade daran erinnern konnte aber hey 6 ist in dem Fall die richtige Antwort das war Wottelka ah guck mal Fredon ist direkt mit dem Zeitriss noch ein Stück weiter nach hinten gesprungen das war dann Wottelka gucke da interessant wir kommen weniger in Richtung Wottelka zusammen als vielmehr in Richtung der nächsten Frage die lautet nämlich die Irdinnen waren die Vorfahren welches spielbaren Volkes das werden hier in diesem Stream mit Sicherheit alle wissen sonst direkt Permaban die Irdinnen waren die Vorfahren welches spielbaren Volkes die Pandaren ganz genau die Zwerge natürlich ganz genau die Zwerge die hatten als Vorfahren die Irdinnen deswegen haben sie auch heute als Volks Fähigkeit ihre Steingestalt auch nicht zu verachten die Vorfahren vom Zwergischen Lord ganz genau da kommt das eine wieder zum anderen absolut das konnten wir schnell klären dann kommen wir direkt zur nächsten Frage die da lautet die Wut der Erde ist ein Rüstungsset für welche Klasse und wir wissen bei solchen Rüstungssets wird man gern mal in die Öre geführt wir haben Sets wie des Gronnjägers was tatsächlich ein Jägerset ist wir haben aber auch manchmal sowas wie Astraljäger und das ist dann plötzlich Druide oder so aber in dem Fall wie wird es sein die Wut der Erde ist ein Rüstungsset für welche Klasse Lässt lässt man sich durcheinander bringen oder folgt man dem Weg der Erde das ist letztendlich so die Frage der Gönner sagt erstmal äh und dann aber Schamane und in dem Fall ist es richtig es ist tatsächlich ein Schamanen sind eins der ältesten oder Wut der Erde T1 glaubst du sogar ja irgendwie schon eine Minute vergangen seit das Set draußen war Matted hi dat ist schon ein bisschen herber Schamane ist auf jeden Fall richtig Bro wie böse dass sie mit einzelnen Fragen zu den Setnamen gerade kommen holy hell okay da warten uns bestimmt noch ein paar Stenkerfragen in dieser Richtung die nächste allerdings die ist relativ simpel nehme ich an weil sie lautet da Gran Taurisan war der Imperator welches Zwergenclans da Gran Taurisan war der Imperator welches Zwergenclans ich glaube das kann man ableiten oder ja doch selbst wenn man irgendwo mal in entsprechenden Gebieten unterwegs war da heißt es ja auch einiges so so ähnlich wie er selber ja wenn man ab und zu mal Dungeons von innen gesehen hat da kommt man an diesem Namen eigentlich nicht vorbei oder spürt den rasenden Zorn der Erde ja da sind wir dann zwar in Katar aber das kommt schon ziemlich nah an dieses Set ran absolut mit diesem Hesselon Helm und den Lavaschultern oh Gott dieser Helm ja ich weiß leider direkt welchen du meinst der Gönner lockt Dunkeleisenzwerge ein und das ist richtig natürlich beim Barte Taurisans ja da sind wir die Tauzwerge wäre auch sehr schön irgendwo muss ja das Tauziehen auch herkommen aber in dem Fall in dem Fall ist es unser Taurissan ganz genau dann haben wir noch eine letzte Frage und auch die wird glaube ich mit Bravour gemeistert werden sie lautet Hogger Fürst Gluthitze und Randolf Moloch sind in welchem Dungeon zu finden Hogger Fürst Gluthitze und Randolf Moloch sind in welchem Dungeon zu finden Junge wenn man das so liest also das auszusprechen diesen Namen hintereinander macht es irgendwie auch nicht besser sag ich nicht ist verboten verbotenes Wissen Seppo zu Glück gehabt sonst wärst du auch da gelandet im Verlies von Sturmwind ganz genau das ist die absolut richtige Antwort da siehst du easy die Karte gerockt hier ausgezeichnet so und nicht anders mögen wir das wunderbar wunderbar okay dann hatten wir diese Runde soweit auch durch einwandfrei Epic würde noch eine Runde wollen ich glaube Labereule hatten wir noch in der Warteschlange Labereule war aber letztes Mal auch schon dran meine ich oder dann würde ich Epic der das erste Mal dran wäre heute als letzten dran nehmen und Labereule wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist dann merken wir uns natürlich deine 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 drankommen wollen bekundung so heißt das bei uns und dann kannst du direkt nachziehen aber da Epic noch gar nicht war würde ich sagen gönnen wir Epic an der Stelle eine wunderbare Fragenkarte nämlich die letzte von heute kein Problem das freut mich und da habe ich auch eine gefunden Epic dann schauen wir mal ob diese Karte eine epische wird oder eher so eine richtige Niete wie in einer Losbude von nebenan Epic deine erste Frage kommt wieder aus der Kategorie Geografie und könnte eigentlich einfacher nicht sein denn sie lautet der Turm von Karazan befindet sich in welcher Zone wir suchen die Zone in der der Turm von Karazan zu finden ist ich glaube jeder der schon mal Karazan gesehen hat oder sich auch nur ansatzweise mit der Karte der östlichen Königreiche beschäftigt hat der wird ungefähr wissen wo man da zu suchen hat und das ist tatsächlich auch ein Ort gewesen vor dem ich früher Angst hatte wo ich unterwegs war vom 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 Dämmerwald aus dann rüber Richtung Sümpfe des Elends verwüstete Land da musste man kurz durch und da waren diese schrecklichen schrecklichen schwarzen Vögel ja es waren keine Adler es waren irgendwelche Geier und die waren auch im Level ganz fürchterlich hoch und da hatte ich richtig Schiss durchzureiten man nicht mal weil es irgendwie spooky war oder so sondern weil sie so hemmungslos overleveled waren fürchterlich Gebirgspass der Totenwinde jawohl also das haben denke ich im Notfall alle parat das kennt man das kennt man absolut richtig oh wo ist unser Fall guck mal wo wir von Geiern reden ja super weiß der Geier oder weiß er nicht scheißegal ich töte dich ich töte dich sehr schön ja bekannter Hit ihr wollt sicher ein Autogramm und wir schaffen auch noch eine schöne Quest hier nebenbei oder ja schön in die Arktis Junge so mögen wir das die Artefakte natürlich auch genau für die Artefakte waren wir auch bei gefühl die im zweiten dann wieder im Karas sahen weil die schwarzen Reiter da ihre wunderbare Kammer gefüllt haben die nächste Frage sie lautet bei welcher Fraktion benötigt ein Spieler den Status ehrfürchtig um den Erfolg die stehen auf mich in diesem Tunnel zu erhalten bei welcher Fraktion benötigt ein Spieler den Status ehrfürchtig um den Erfolg die stehen auf mich in diesem Tunnel zu erhalten und das muss unglaublich weird sein darüber nachzudenken wenn man weder diesen Erfolg noch die Fraktion kennt weil was was wollen die jetzt hier schon wieder mit ihrem Tunnel gemeint ist aber die Holzschnundfeste ganz genau die Vorbolgs deren Tunnel den Teufelswald mit Winterquell beispielsweise verbindet es gab glaube ich dann noch so einen Abschneider zur Mondlichtung oder habe ich das geträumt ich war ewig nicht in diesem Tunnel mögen tun nämlich trotzdem zum Glück aber ja war früher deutlich wichtiger als heute könnte man meinen heute fliegst du einfach drüber die Mondlichtung ganz genau und das Samen das macht heute genauso viel Freude wie damals absolut die Vorbolgs der Holzschnundfeste Wahnsinn das bringt uns zur dritten Frage dann ist schon Halbzeit bei dieser Karte die dritte Frage kurz und schmerzlos Gnome wählen ihren Anführer in die Position des Hochtüftlers wer hat diese Position zur Zeit inne und auch da erwarte ich dass jeder der diesen Stream zumindest vor ein paar Jahren mal geschaut hat diesen Boss kennt auch seinen Namen und bei der Frage vor Schmerzen zusammenzuckte das ist das ist so die Erwartung die man dann als Streamer an die Zuschauer hat wenn es um solche Kollegen geht Gnome wählen ihren Anführer in die Position des Hochtüftlers wer hat diese Position zur Zeit inne ja und das ist auch ein jemand der uns sehr lange Zeit in Atem gehalten hat jemand der uns stundenlang also so schlimm wie ich glaube kein anderer Boss seitdem wirklich beschäftigt hat und gesucht ist gelben Mechardrill ganz genau der Hochtüftler natürlich als Boss in der Schlacht um Dazan-Lor heute kein Problem mehr damals oh mein Gott also da konnte ich auch nicht mehr da konnte keiner mehr und dennoch waren es wir selber die uns dann gerettet haben aber bitte niemals again Blizzard niemals again mittlerweile ist er nicht mehr in Stasis glaube ich ne mittlerweile hat er so ein Ironman artiges Herz eingesetzt bekommen das kam dann durch die Bindung zu den Mechagnomen mit BFA zustande und darum ist er schon eine ganze Weile wieder wach und gefühlt fütter 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 denn je meine ich natürlich Daniel Düsentrieb so gesehen ja nur namentlich müssen wir ein bisschen variieren dann kommen wir zu einer weiteren Frage auch die erfordert so ein bisschen Wissen der alten Schule aber vorher gibt es erstmal noch Schelle hier für Medusa oh boy Medusa der Nacht na dann gute Nacht aber ohne uns an der Stelle Junge was für ein mächtiges Kinn hallo was haben wir hier denn noch oh schön Big EP junge Ehre dann kommen wir zur besagten Frage mit Oldschool Einfluss dieser epische Stab hat die Fähigkeit sich in zwei Formen zu verwandeln wie lautet der Name des Stabes in den er sich durch die Verwendung seiner Segnungsform verwandelt der gesuchte epische Stab hat die Fähigkeit sich in zwei Formen zu verwandeln wie lautet der Name des Stabes in den er sich durch die Verwendung seiner Segnungsform verwandelt und ich habe als Hunter und dann DK Main den Hype um diesen Stab nie so richtig verstanden okay dieser Effekt mit dem Wechsel ist schon fancy aber selbst ich kenne den das sind so Schlagworte Segnung und das gesuchte eben deswegen wurde die Segnungsform hier nochmal so ein bisschen hervorgehoben darum hat man glaube ich wenn man ein paar WoW Jahre auf dem Buckel hat egal ob man jetzt Stäbe trägt und mag oder nicht hat man den durchaus schon mal auf dem Schirm gehabt ziemlich sicher die sah eher aus wie Ursula ja hatte was von Ursula genau von Ariel man weiß nur nie was sie alle zur Zeit machen als die alten Helden ja Alleria zum Beispiel da gibt es ja auch einige die meinen hinterm leeren Portal bei Iridicon das war Alleria gibt es auch vermutlich weil sie zu lange rumstand für einige da weiß man nie so richtig was da los ist bei den Freunden auch wenn ich vielleicht das richtige lesen könnte Nope Epic hat es nicht parat tatsächlich Segnung und Bannfluch jawohl ganz genau der berühmte Priesterstab aus Classics sagt Seppo dazu Segnung und Bannfluch ja keine Schande das nicht zu wissen aber so eine kleine Oldschool-Legende sage ich mal kleine Oldschool-Legende dann kommen wir zur nächsten Frage diese Frage hat auch wieder ein bisschen was mit unseren Anführern zu tun allerdings springen wir diesmal eher auf die Gegenparteiseite die Frage lautet nämlich wer ist der Anführer der Grimm-Totem-Tauren also die mit größten Feinde in den eigenen Reihen wenn man so möchte den die Tauren zu tun hatten oder immer noch haben wer ist der Anführer der Grimm-Totem-Tauren tatsächlich ein Thema das durchaus in WoW Gewicht hat denn jüngst hatten wir ja im Gewölbe den Boss Kurok Grimm-Totem und da sind wir wieder also wenn irgendwer Dreck am Stecken hat bei den Tauren dann ist auf die Grimm-Totem auf jeden Fall Verlass und ich glaube seit Katta haben wir sogar das Finale in Malgor wo sie auch Bane selber dann kurz vor Donnerfels zu einem anrückenden Clan-Chef entgegenstellt also das sind zuverlässige Stinkemiber und auch der gesuchte Anführer war ja derjenige der für den Tod von Kern-Bluetooth also dem alten Anführer der Tauren und dem Vater von Bane verantwortlich war denn Garrosh forderte Kern ja zum Mark-Ura beziehungsweise die beiden stellten sich in diesem Mark-Ura und ist ja letztendlich ein Kampf auf Leben und Tod um die Ehre und so weiter und so fort und das wurde ganz traditionell abgehalten das heißt die beiden Krieger ließen ihre Waffen auch vorher traditionell salben und auf Garrosh kam dieser besagte Anführer zu und sagte ey man so ein Zufall ne du kämpfst gegen den Anführer von den Tauren die ich hasse ja ich bin's Grimm-Totin und ich würde deine Waffe gern salben so ist gar nicht verdächtig ja ich werde die auch nicht vergiften oder so und Garrosh dachte okay cool machen wir so Überraschung die Waffe wurde vergiftet beim Salben und dadurch ging Kern als riesiger massiver erfahrener Bulle nach wenigen Schnitten in die Knie und konnte von Garrosh getötet werden weil Magata Grimm-Totin ganz genau die Anführerin der Grimm-Totin taurender mitmischte und Blutschrei quasi gesalbt hat ja so wie es die Tradition will also fürchterliche Geschichte und Grimm-Totin egal ob damals oder heute ein Clan wo man mindestens die Nase rümpft bei diesen Stinkebibern ja da gab es auch noch eine Stangenwaffe stimmt Schattenschlag und Donnerschlag vom Sulphuron-Herold true die waren auch so drauf genau 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 in dem Fall war es allerdings Magata völlig richtig dann kommen wir zur letzten Frage und die geht ein bisschen in Richtung PvP und diese Frage lautet wie viel Verstärkung hat eine Fraktion zu Beginn auf einem Schlachtfeld im Alter Aktal Bro und da müsste ich ja als Hobby PvPler und genereller Vermeider von epischen Schlachtfeldern da müsste ich schon überlegen aber irgendwo hätte die Zahl noch gelauert ja also so so lange bin ich dem PvP ja dann doch nicht fern geblieben wie viel Verstärkung hat eine Fraktion zu Beginn auf einem Schlachtfeld im Alter Aktal Epic sagt 400 andere sagen 600 1500 und 500 ist tatsächlich richtig also nah dran nah dran 100% well played 500 Verstärkung pro Seite wenn man so möchte jawohl seht ihr mal PvP auch mit dabei na hat sich Epic doch aber gut geschlagen hier nicht schlecht nicht schlecht ohne Magata wäre uns einiges erspart geblieben aber dann hätten wir Kern umhauen müssen weil der sicher die Schultern mitgenommen hätte true das stimmt also für Kern wäre es so oder so kacke gelaufen auf lange Sicht ich meine er war auch ein alter Bulle Bane war bereit ja auch wenn er das selber nicht so gesehen hat aber dieses ganze Next Gen Ding also hu das wissen wir egal in welche Serien Anime oder sonst wo man hinschaut wenn man sich da in den Charakter verliebt in Anführungsstrichen der ein bisschen älter ist und auf einmal springen immer mehr Junge drumherum dann I don't know ob ich mag wo das hingeht ja aber das war natürlich trotzdem ultra dreckig Junge Magatha Grimm Totem die olle Zibbe und auch Kurok hatte ja bevor wir ihn dann auf der Insel getroffen haben wo er Raser Gäst befreite und wir ihn dann umgehauen haben im Gewölbe Raid in einem Fight der mir übrigens sehr viel Spaß gemacht hat da war er ja vorher sogar in der Kurzgeschichte die ich auch als Hörbuch eingesprochen habe nämlich der ewige Schwur mit Furorion da war er ja auch der Tauren der sie auf die Hochzeit geschlichen hat um Furorion vor versammelter Mannschaft zu beleidigen also was für ein Arsch also wirklich jetzt ne holy shit wir reden immer drüber dass es im Kosmos eigentlich kein Gut und Böse gibt aber die Grimm Totem Bro was für Oberärsche Mann geht er nach Hause echt ich höre nur die Waffe wurde vergiftet Kane war eben im Garten musste noch Tomaten gießen demnächst steht ein Heilkräutertee an mit Tomaten okay ich glaube das waren zwei unterschiedliche Gedanken einfach so schön heißes Wasser in Tee Kelch hätte ich jetzt fast gesagt in Teetasse und eine Tomate reinschmeißen Bam Heilwirkung du bist dran Pikachu und dann rein mit der Tomate Ehre du hast die Frage verpasst wo Trox die Antwort waren das ist traurig gewesen wir hatten die Frage wo Trox die Antwort waren du hast gar nicht Tee geschrieben warte ich lese immer überall Tee das wisst ihr doch demnächst steht ein Heilkräuterteil an ach Teil okay ja gut das ist eine andere Richtung ich mochte aber die Idee mit der Tomate trotzdem mach das bitte dennoch so ist mir persönlich wichtig jetzt am Ende kommt noch ein vierter Speck für einen Evoker so ein Tank Ding imagine das bringen die einfach noch das wäre ja so krank auch holy hell man okay die Sackratte Leute die Sackratte haben wir umgebrät das war unser letzter Boss für heute sehr sehr cool ich werde dann Offscreen noch ein bisschen gucken zum einen wann wir die nächste Runde Shakes and Fidget machen und zum anderen dass ich ein bisschen Gilda aufräume eure Post lese und die lieben Codes und so eingebe vielen Dank dafür und das eigentlich auch schon alles Event haben wir reingeguckt Dungeons haben wir ein bisschen geballert werden natürlich die Abenteuerlust noch fertig machen hier und dann geht es schön auf die Phrase das ist der Plan von daher vielen Dank dass ihr wieder mit am Start wart sowohl heute im WoW Teil als auch jetzt bei Shakes and Fidget vielen Dank fürs Miträtseln für die vielen Tipps die nicen Talks und euren wunderbaren Support freu mich natürlich wenn wir uns die nächsten Tage gesund und munter wieder hören alle Infos wie immer unterm Stream verlinkt sei es Patreon sei es Instagram sei es Twitter heißt gar nicht mehr Twitter mein Panel ist falsch oh Gott ich lebe in der Vergangenheit na gut dann halte ich jetzt auch die Schnauze ihr wisst unten ist alles zu finden ja und dann genieß den Abend genieß das Weekend und hoffentlich bis die Tage dann haut rein und schau haus